Freunde, ich habe leider schlechte Nachrichten für euch. Der Wechsel von Philipp Kostic zu Juventus Turin wird in Kürze offiziell vermeldet werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten befinden sich die SGE und Juve in Verhandlungen über die letzten Details. Die vermeintliche Ablöse soll dabei bei ca. 16 Millionen Euro liegen. Sportvorstand Kröscher hat bereits angekündigt, dass Kostic schon im Supercup gegen Real Madrid nicht mehr dabei sein wird und dass man sich derzeit in finalen Verhandlungen befindet. Wir können also davon ausgehen, dass Kostic tatsächlich gegen die Bayern sein letztes Spiel gemacht hat. Zumindest für die Eintracht. Am Ende hatte Oliver Glasner immerhin recht, als er sagte, dass Kostic nach dem Europapokalsieg noch nicht seine letzte Partie absolviert hat. Ich finde es ehrlich gesagt richtig schade, dass er geht. Kostic gehörte zu den besten Spielern der Bundesliga und hätte der Star der aufstrebenden Frankfurter Mannschaft werden können. Besonders schade finde ich aber, dass er sich den Supercup gegen Real Madrid entgehen lässt. In meiner Prognose habe ich gesagt, dass ich davon ausgehe, dass er es nicht tun wird, sondern erst danach wechselt. Aber jetzt kommt es wohl doch anders. Nach 170 Pflichtspielen für die Eintracht ist aller Voraussicht nach Schluss. An der Stelle kann man sich nur bei Philipp Kostic für eine tolle Zeit bedanken und ihm alles Gute dabei wünschen, seinen Traum in Italien zu erfüllen. Immerhin war die Serie A letztes Jahr schon sein Ziel, aber eine Eintracht-Legende ist er für mich so oder so. Trotzdem schade, dass er den Schritt in die Champions League nicht mitgeht. Jetzt aber mal die Frage an euch. Wird die SGE auch ohne Kostic klarkommen oder wird die Lücke, die er reißt, zu groß werden? Eure Einschätzung dazu gerne mal in die Kommentare. Ein Video zur möglichen Aufstellung ohne Kostic wird später auf jeden Fall auch noch kommen. Spätestens morgen denke ich. Bis dahin würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.